Ich hab verschlafen. Du hast 24 Stunden gepennt. Alter, Finne. Dieses Kind hier, ne? Guten Morgen erstmal. Aber der hat 24 Stunden gepennt. 24... Alter, Finne. 24 Stunden. Wir sind um zwei ins Bett gegangen. Was ist denn für ein Quatsch? Okay. Sag mal, ist Pfeffer Paprika? Dass sie Pepper Bell falsch übersetzt haben? Es wirkt gerade so. Ey, wie kann man denn so lange pennen? Gerlich. Welcher normale Mensch schläft denn 24 Stunden? Das schlafe ich nicht mehr mehr in der Woche. Das ist nicht mehr gelogen. Oder übertrieben. 24, ja gut. Vier Tage, acht Stunden. Doch, das schaffe ich in der Woche nicht. So bitter wie es klingt, das schaffe ich wirklich in der Woche nicht. Wenn ich sechs Tage schlafe, dann sind das sechs mal bis 24. Sechs mal bis 24, super. Ähm. Äh. Mathe. Und übrigens sind das vier. Okay, sechs. Ja, okay, gut. Vielleicht... Weiß ich nicht. Äh, schwierig. Ich mach viele Nachtschichten, also... Und da kann ich nicht viel schlafen. Aber doch, auf 24 Stunden müsste ich in der Woche kommen. Doch, ich glaub schon. Rechnen wir doch einmal 24 durch, durch sieben. 21 durch sieben sind drei. Ich schaff garantiert drei, vier Stunden am Tag. Doch, 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 doch. Das müsste hinhauen. Das müsste tatsächlich hinhauen. Okay, ich schlafe also doch 24 Stunden. Vielleicht 26 in der Woche. Vielleicht 28 in der Woche. Ja, ach, und... Das ist auch ein bisschen wenig. Nee. Vielleicht 32 in der Woche. Ist es schwer? Ist es schwer, sich selbst da einzuschätzen, tatsächlich. Wie viel ich jetzt wirklich penne? Doch, vielleicht 34 Stunden in der Woche. Ich versuch sie schon gar nicht mehr zu melken. Die Aldi gibt keine Milch. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis Milch kommt, aber... Das ist doch viel, oder? Das kommt mir jetzt nur so vor. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Sechs dieses Futter haben wir noch. Also drei... Oh, ja, wir müssen... Wir müssen dran denken, zu kaufen. Tatsächlich. So, das Pferd, jetzt noch die Hühner. Das übrige Prozedere. Und dann gehen wir auch sowieso schon ins Bett. Das ist nämlich schon spät. Tatsächlich ist es jetzt schon spät. Weil wir ja bis 0 Uhr geschlafen haben. Ja, nehmen wir die Erzeugnisse mit. Das ist in Ordnung. Das habe ich auch gar nicht geguckt, wie viel Geld. 30.000, schön. Jetzt... Herbst ist wirklich so der Zeitpunkt, wo man... Wo man Kohle kriegt. Ich dachte das jetzt nicht, dass die Musik aufgehört hat. Das hat mich jetzt ein bisschen so... Können Tiere sterben, aber Tiere sterben hier nicht in dem Spiel. Oder? Nee, oder? Ich bin mir jetzt gar... Ich bin mir nicht so sicher, aber ich bin der Meinung, Tiere sterben hier nicht. Allgemein in gar kein... In engen Farming... Sterben in engen Farming-Spiel deine Hoftiere? Obwohl du dich jetzt immer um sie kümmerst... Selbst wenn du dich nicht um sie kümmerst... Die Tiere sterben doch nie, oder? Ich bin mir jetzt ganz unsicher. Bing-Bong Bing-Bong Der Tier-Krapscher Jetzt im Kino Übrigens möchte ich mal wieder ins Kino. Ich war jetzt drei Jahre nicht mehr im Kino. Hauptsächlich bedingt... Wegen dem Kind. Aber ich würde unheimlich gerne Alles steht Kopf 2 sehen. Ah, da freue ich mich schon drauf. Ich meine, das Gute ist, wir haben Disney Plus. Also der wird sowieso in vier Wochen oder in sechs Wochen auf Disney erscheinen. Wir brauchen uns da keinen Kopf machen, aber... Es fehlt dieses Kino-Erlebnis tatsächlich. Kino war immer geil. Ich war das letzte Mal im Kino, das war vor Corona. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das war... Das ist sogar noch so... Erst war Corona und dann kam das Kind. Ich war ewig nicht mehr im Kino. Alter, Finne. So, alles einmal verkaufen. So, nochmal ganz kurz in die andere... Oh Gott, wir werden morgen wieder so verpennen. Das wird, glaube ich, erstmal... Ich weiß gar nicht, warum wir verpennt haben. Ja, wir waren K.O. Wir sind auf den Arsch gefallen, aber wir sind doch deswegen zeitlich auch ins Bett gegangen. Hätte sich das mehr gelohnt, hätten wir uns einfach in die heiße Quelle gesetzt bis 17 Uhr. Hätte sich das mehr gelohnt? Wenn man sagt, ich hätte mir jetzt gesagt, hier, heiße Quelle, setze ich mich rein. Bis es soweit, äh, bis es bis 17 Uhr ist, dann sind wir erholter. Aber ich habe damit gerechnet, dass wir, naja, wenn wir früh ins Bett gehen, dass wir auch eigentlich gut schlafen. Aber dass wir 24 Stunden beinahe schlafen. Wir sind um zwei oder halb, drei oder drei ins Bett gegangen und haben bis 0 Uhr gepennt. Das sind fast 24 Stunden. Das ist echt übertrieben. Das ist ein bisschen dolle. Die Peppers kommen dann bestimmt auch wieder da, die, die Pepperbell. Die Paprikaschoten. So, und mit dir möchte ich eigentlich auch nochmal ein bisschen spielen. Oh, schön, nicht mehr verpennt. Gut. Sehr schön. Okay, die Sonne scheint. Hm. Was ist das nächste Festival? Ich habe jetzt... Erntedankfest war das. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt vergessen, was das war, aber es war das Erntedankfest. So, nichts ist fertig. Oder? Oh, die Süßkartoffeln sind fertig. Nach sechs Tagen und Süßkartoffeln kommen wieder. Aber sind Süßkartoffeln nicht auch in der Erde verankert und dann... Gibt doch gar keinen Sinn, oder? Eine Kartoffel... Eine Kartoffelknolle... Kannst du doch auch nur einmal, oder? Ach, ich... Oh Gott, ich kenne den nicht aus. Solche Fälle bräuchten wir wirklich den Korb. Vielleicht sollte ich mir den wirklich... Ich will den mir sowieso holen. Ich will mir den Korb so... Na, boah, Alter, ich habe zweimal X gedrückt schon. Gut, dass er gelegt hat. Oder nicht so schnell reagiert, wie ich drücke. Fastklicker. Aber schön, dann haben wir schon mal Süßkartoffeln vertickt. Das ist super. Das ist tatsächlich sehr geil. So, gießen. Heute ist wieder Dienstag, ne? Wir können schon wieder nicht einkaufen gehen. Im Supermarkt. Weil der Supermarkt wieder geschlossen hat. Wir kommen nie dazu, beim scheiß Supermarkt einzukaufen. Ehrlich. Ich wollte eigentlich auch mal eine ganze Riege Mehl holen. Damit wir die... 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 Die Wichtel mit Mehl beglücken können. Aber wir müssen es halt kaufen. Wir können es halt nicht herstellen. Ich bin mir nicht mehr mehr sicher, ob man das jetzt tatsächlich kann, Mehl herstellen. So viel Herstellungsprozedere, das gibt es hier nicht. Bei theoretisch verkaufst du immer nur die Erzeugnisse. Und ich... Das ist hergestellt. Du kannst nachher aus... Aus Milch und Wolle und so... Und Eier kannst du was machen. Aber ich glaube, aus den... Aus den Gemüsepflanzen oder sowas... Dass du dann Saft oder Marmelade oder sowas... Das gibt es, glaube ich, hier gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das gibt es nicht. Aber das können wir sowieso erst im Winter machen. Die verschiedenen Produkte kaufen. Auch wenn ich nicht mehr ganz sicher bin, wie das zustande kommt, aber ist egal. Oh Gott, das ist schon wieder nur... Achso, wir sind voll. Achso, ja stimmt, wir haben noch die Süßkarton drin. Wir sind so voll. Wir haben echt viel zu tun in letzter Zeit hier, ne? Der Herbst ist echt voll bestückt mit... Mit Arbeit. Der Herbst ist wirklich voll bestückt mit Arbeit dadurch, dass die Felder so viel sind. Wir kommen da ohne K.O. sein durch. Gut, jetzt haben wir noch geerntet. Das ist natürlich auch nochmal ein langwieriger Prozess. Eins, zwei, drei. Heute müssen wir nochmal dran denken, Tierfutter zu kaufen. Ich hoffe, da denke ich irgendwie dran. Ich hoffe, da denke ich irgendwie dran. Aber ich kann auch... Tiere können wir nachher machen. Wir müssen noch ein bisschen Tierfutter kaufen. Hallo, Karin. Ach Mensch, ich habe keine blaue Blume für dir. Mir gefällt es hier. Sehr gut, das ist sehr gut. Ich habe keine blaue Blume für dich. Es tut mir leid. Warte doch, habe ich. Ich gebe es dir gleich. Warte. Komm, Kevin, müssen wir einmal schenken. Ich bin der Meinung, es war die blaue Blume, die sie liebte. Aber ich muss selbst gucken. Oh, vielen, vielen Dank. War es die jetzt? Was bin ich mir... War es jetzt das? Ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, die blaue Blume. Was auch immer die blaue Blume ist. So, einmal zur Jodel-Range. Denkst du der... äh... Zu unserer Schnucki-Wucki. Der dürfen wir nicht erzählen, dass wir anderen Frauen eine Blume geschenkt haben. Die ist nämlich auch übelst eisversüchtig. Man merkt es ihr gar nicht an, aber sie ist ein ganz schöner Drang. Als Hobbit hast du keine Chance gegen sie. Was tust du denn hier? Es mag einem eintötig vorkommen, dass ich hier die ganze alleine mit meinem kleinen Mädchen lebe. Ich wollte eigentlich einkaufen. Okay, äh... Ich wollte eigentlich Essen kaufen, aber... Ist in Ordnung. Sterben meine Tiere wegen dir. Ist in Ordnung. Wundert mich jetzt. Ist das schon zu spät? Normalerweise ist doch immer alles bis 16 Uhr oder Dienstags auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich kenne seine Zeiten nicht. Man hätte auf ein Schild gucken können, aber habe ich auch keinen Bock drauf. Da müssen wir morgen dran denken. Beziehungsweise in der nächsten Aufnahme. Gar nicht so einfach dann. Verpiss dich da raus. Ehrlich. Der scheiß Käppi. Hi. Ich glaube nicht, dass sie eine Milchpumpe braucht. So weit ist es noch nicht. Entschuldigung. So. Jetzt ist sie zufrieden. Es kann natürlich auch sein, dass noch ein helleres Gelb kommt, ne? Aber ich hoffe wirklich auf den Rot. Danach. Ich hoffe wirklich auf den Rot. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe auf den Rot. Kein Bock mehr auf die Alte. Ich habe keine Lust mehr, sie ständig was zu beschenken. Das wirkt bedürftig. Einmal alles verkaufen. Wir schaffen es gar nicht, bis 17 Uhr alles fertig zu kriegen. Mensch. Der Herbst. Voller Arbeit. Naja. Wenigstens kommen die Süßkartoffeln wieder. Das ist gut. Dann brauchen wir nämlich nicht mehr neu ausernten. Ich meine, werde ich so oder so nicht machen. Wir leben von dem, was wir da haben. So. Ich wollte eigentlich immer noch meinen Hund trainieren. Scheiße. Du bist halt nur gerade beschäftigt damit, Sachen einzusammeln. Kann man den Hund auch drinnen trainieren? Das müssen wir mal ausprobieren. Das werden wir uns mal regenmäßig hinsetzen. Wobei im Endeffekt, drinnen vergeht die Zeit ja nicht. Vergeht sie im Haus auch? Können wir den Hund mit in die Mine nehmen, um mit ihm Ball zu spielen? Weil da die Zeit nicht vergeht? Und ihn somit übelst an einem Tag hochtrainieren? Das sollten wir mal ausprobieren. So, wie viel Geld haben wir? Von 30.000 auf 35.000. Das ist sehr nice. Oh, gut. Wir kriegen jetzt richtig, richtig Kohle. Das ist geil. Ich war jetzt gar nicht bei den Kuh-Tier-Scharfen-Dingern gewesen. Guten Tag. Ey, ihr Pet. Oh, ich glaube, die Kuh gibt Milch. Die Kuh ist doch grob. Der Arsch ist doch riesiger, oder? Die hat doch jetzt einen fetten Arsch. Ja, wir haben eine Milch. Hurra. Na, sehr schön. Jetzt gibt sie jeden Tag Milch. Sehr nice. Fluch. Einen müssten wir noch haben, ne? Ja. Wir müssen morgen unbedingt dran denken. Wir müssen morgen unbedingt dran denken. So. Pferd ist abgepferdet. So, ab ins Bett. Es ist schon wieder 20 Uhr. Alter, finde ich. So, dann gehe ich jetzt ins Bett. Verabschiede mich auch komplett für heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Gute Nacht. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.